Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. So, was stellen wir jetzt an? Keine Ahnung, ich schüchtern vor den Böwen. Du hast nichts wieder angestellt. Äh, der Bornsteiger. Doch, wie sowas in der Art. Na, mal schauen lässt er, ob ich alleine komme. So, zum Thema, es gibt keine Krankenwagen bei GTA Online. Hier ist der Beweis. Es gibt welche. So, irgendwo hier guckt da rum der schlimme Finger. Äh, Fuhrergrad. Fuhrergrad, Einkaufswagen, Boling. Not again? Warum nicht? Das ist meiner, das ist meiner! Oh, shit! Meiner? Mein Einkaufswagen. Egal. Ach, du bist so da. So. Jetzt wollt ihr mal gucken, ob es die Flugschule mittlerweile gibt. Ja, die Flugschule ist verfügbar. Dann werde ich doch erstmal ein bisschen fliegen lernen. Hö, hö, hö. Und ihr könnt sehen, wie man es nicht macht. Diesel, hattest du überhaupt schon die Flugschule absolviert? Äh, ich glaube nicht. Dann kannst du ja auch gleich mal machen, wa? Jetzt macht er die Straße frei, Junge. Da hat mal jemand gesagt, Sachen, die man nicht kann sammeln lassen. Hehehe. Komm, ein Computer ist so bloß so clever wie sein Benutzer, ne? Was? Was soll das jetzt heißen? Hehehehe. Nichts, nichts. Oh, dann auf in die Flugschule! Oh, dann auf in die Flugschule! Was? 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 Das kann jetzt lustig werden! Das kann jetzt lustig werden! Was? Das war's auch gar nicht. Das war's auch gar nicht. Oh, dammit! Nein! Ist ja geil! Hier lernt man, wie man es nicht macht. Das war's gar nicht. Ich sag das jetzt. Oh, nicht ganz scheiße, aber ich tauch' nicht viel für die Flugschule. Oh Gott. Also den Looping hatte ich rechtzeitig fertig, aber trotzdem krieg ich bloß Silber, weil die Zeit weitergelaufen ist nach dem Looping. Schade. 58 Sekunden brauchte ich und 58,7 hab' ich. Naja. Triebwerksausfall. Mensch, das ist doch meine Aufgabe. Das ist einer meiner Lieblingsbewegung. Denn es ist einer, bei denen wir viele Rekruten verlieren. Der Fortschritte müssen wissen, was zu tun, wenn die Dinge falsch gehen, und wenn sie richtig gehen. So, take control of the plane, and cope with any difficulties that arise. Antwoord, 7,695. Da war's Deepfax-Ausfall. Was? Ne, Hübing. Achso. Hm. Komm, roll noch einen Meter, roll noch einen Meter! Scheiße, zu früh aufgesetzt. Dann ist verdammt da. Bestanden, Bronze? Naja, immerhin. Ähm. Möchten schief gehen. Ein Gold-Laran-Pilot. Oh jee. 1,5 Meter, 97. Was ist da raus hier? Äh. Wo ist er? Da vorne. Dreh dich. Ähm, ich glaub das wird eng. Ja. Du hast es geschafft. Du kannst es schlafen. Du kannst es schlafen. Und du kannst es schlafen. Oder du kannst es schlafen. Du hast es. Öffne die Schuhe, wenn du bereit bist. Jetzt, versuchen wir auf die Schmerzen. Ja. Du kannst gerne auf der Schmerzen. Wenn du nicht gleich 사� Paal vorst. Verstiere die Schmerzen. Du hast es. Schlafen die Schmerzen. Jetzt fache den Schmerzen. Jetzt versammeln. Okay. Ähm, naja. What? Ich war da drinnen. Arschi, Lochi. Verdammt, Bronze. Wer war's? Fallschirm springen? Beim ersten Mal bin ich vorbei geflogen. Habe ich den Fallschirm nicht gekriegt. Beim zweiten Mal habe ich den Fallschirm gekriegt. Super gelandet eigentlich. Aber bin dann aus dem Kreis scheinbar rausgelaufen. Okay. Okay. Sohn. 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 Zhir. Ach, denn komme slopeuch noch Meter. Jetzt bin ich ein Meter vorm Ring stehengeblieben. Ey! Ach, Mannu! Wir müssen bleiben. Wie bitte? Oh, sie meinte gerade, ich bin ein bisschen sterbtergezogen. Ach, quack! So, die ist mal packen was. So, die ist mal packen was. Nein, nein, nein! Och, Mensch, Leute, echt jetzt! Gefallen. Die Städte sind da hinten. Also, irgendwie krieg ich das nicht hin mit der falschen Landung. Ich bin zu doof dafür. Ich wette, ohne Falschum krieg ich das hin. Ne Punktlandung, ja. Ja. Wir haben Paris getroffen und versenkt, ne? Ja. Boah, zieh nur noch Wolken auf hier. Das ist nicht gut. Hoch! Ja gut, wir verschwinden grad wieder. Ja gut, wir verschwinden grad wieder. Ja gut, wir verschwinden grad wieder. Ja. Jetzt haben wir's aber. Meine Güte. Bestanden. Silber. Distanz 2,39 Meter. Äh, 93. Landung in der Stadt. Gold. Ähm, das mit dem Titan auf dem Strand landen? Keine Ahnung, kann ich nicht. Distanz 1,61 Meter. Ach, du warst auch noch falsch im Springen. Ja. Ja, jetzt kommt das Ding mit dem Titan. Ach, fahier. Das wird interessant. Aber im ersten Mal hatte ich Bronze. Und jetzt die anderen zwei Male. Der ein Mal war, dass ich zu hart aufgekommen bin. Mhm. Am dritten Mal hatte ich Gold. Okay. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt hier. Oh je. Ach, noch nicht beim Gewitter. Ja, stell doch die Löschverrichtung ein, Junge. Ja, noch mal noch den Turmswerk ausgelöst. Ja, jetzt einmal den Turmswerk ausw желbieren. Jetzt noch mal die Rannung. Ja, jetzt noch mal die Türkei, und dann auch mal die Schatten. Mal die Türkei kann da sein. Ja, jetzt noch mal die Türkei. Das war ja. Ja, jetzt noch mal die Türkei. Dann noch mal die Türkei. Sollte mich etwas. Maul, mas zu twich. Gold! Bestanden! Ui, das gibt Knete! So hört es sich an, liebe Freunde, wenn man es nicht schafft. Bronze! Bestanden! Allerdings mit 68 Meter Abstand! Okay! Bisschen spät stehen geblieben, ich bin auch zwischendurch, also ich hab aufgesetzt und bin nochmal abgehoben. So, dann kommt jetzt auf dem LKW landen. Auf dem fahrenden LKW. Auf der Suche ist es. Auf der Suche, bevor der Truck in den Tunnel geht. Der Ziel ist, dass die LKW auf dem Trailer so schnell wie möglich. Bring den Chopper nach oben. Du musst die Geschwindigkeit auf die LKW, während du ihn trackst. Du hast die Wahrscheinlichkeit, dass der Biss zweimal in die selbe Stelle einschlägt, ist ja... Gering, ne? Naja, nicht wirklich. Na, wo bleibt er denn? Jungen, stehst du im Stau oder was machst du? Bisschen! Bronze! Die Zeit ist leider wieder um. Wenn euch diese Folge und diese kleinen Lehrstunden gefallen haben beim Fliegen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn nicht Daumen nach unten. Und wir freuen uns über Kommentare von euch. Bis dahin sagen wir jetzt erstmal, macht's jut! Diesel? Ja, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich! Nur, ich krieg da hin! Drei Meter, irgendwas! Okay. Und tschüss! Und tschüss!